Ich bin frei. Ich muss mich nicht für mein Denken rechtfertigen, wenn es nicht in die Gesellschaft passt. Denn nur ich selbst trage Verantwortung für meine Entscheidungen. Ich muss mich nicht für meine Entscheidungen rechtfertigen, wenn sie anderen missfallen. Denn nur ich selbst bin verantwortlich für mein Handeln. Ich muss mich nicht mit Hilfe von vermeintlichen Gesetzen dafür rechtfertigen, frei atmen zu dürfen. Denn ich selbst bin der Hauch des Lebens, ein Teil der göttlichen Essenz. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, Liebe und Nähe zuzulassen. Denn ich bin ein Mensch, die Liebe in reinster Form. Ich muss mir mein Recht nicht fertigen, da ich ein souveränes Wesen bin, das Rechte hat. Freiheit bekommt man nicht, frei ist man. Hören wir also auf damit, wie Sklaven nach unseren Rechten zu betteln und leben stattdessen die Freiheit. Wer wirklich will, der kann. Und zwar jetzt. Jetzt. Bis zum nächsten Mal.